Hallo da draussen und willkommen zurück eine weite von der Clip in den Lululululup Hallo Hallo Sei gegrüßt Hallo Die Runde hat grade angefangen, wir sind im Widerstand, wir sind total chaotisch Mit dabei ist jetzt der, ähhhh, dein Name hab ich vergessen Simcut Simcut Könnt wie auch Simon nennen Simon Hallo Simon, rein in den Helikopter Leute Aber nicht Simon UNGE Nee Alter Leute ey, ich verliere Zuschauer wegen so einen Kommentaren Hör mal auf die Waffe ist um mein Gesicht zu strecken hier Ich schäme mich dafür. Als würde Herr Unge Arma zocken. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich schäme mich. Ich stelle mich gleich in die Ecke. Ich will einen Ironside, genau, ich will einen Scope haben, verdammt. Ja, darauf spare ich auch gerade. Was Geld hast du gerade? 14.360. Kannst du dir doch einen MRCO kaufen. Ja, aber ich will das RCO. Ich will das RCO kann man nennen. Oh, in Sofia. Awesome, ich liebe Sofia. Schöne Stadt. Sofia ist das mit der Kuppel, oder? Ich habe gerade 99.900. Ich habe gerade 27.900. Wie viele Tausend hast du, Ralf? 35. Da kannst du dir doch locker einen Scope kaufen. Ja, aber ich habe es noch nicht freigeschalten. Ach so. Wollen wir mal, wo landen wir denn? Hier. Ach hier. Du kannst auf jeden Fall noch weiter geradeaus legen und dann fliegen wir direkt auf Turm 2 zu. Wir fliegen jetzt gleich auf so eine kleine Kirche drüber, so eine Mini-Kathedrale und dann so was weiß ich 300 Meter dahinter. Mini-Kathedrale. Da ist ja hier links, dieses Ding der Mann hier. Ja. Ja süßes Heuer auf jeden Fall. Kapelle. Genau, hier an die Kapelle. Mini-Kathedrale ist glaube ich etwas größer. So, alle Feuereinsatz hier. Vorsicht, 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 Vorsicht. Warte mal, hier sind überall Ruin. Ja, sehr gut. Absetzen. Sehr gut. Nice Job, nice Job. Oh, ich bin da unten. Wir haben nicht rausgeschossen, der Wichser. Feindlicher Beschuss. Nein. Oh, der Heli. Oh, der steht sogar noch da. Ich sitze noch auf dem Helikopter. Ich warte einfach mal. Ich chill mal ein bisschen. Wollen wir einsmoken? Jo, ich mach mal. Oh, der Schuss. Ich glaube vom Tower. Weg vom Heli. Da ist eine RGO. Nice. Oh. Ich glaube vom Tower ziemlich sicher, oder? Nicht Tower 2. Nicht? Nein. Wotan? Richtung Kubel. Kubel? Wo ist die Kubel? Richtung Nordwesten. Ah ja. Ja, ist. Okay, warte mal. Give me the smoke, man. Warte mal, ich kann dich vielleicht durch ein Hedi reviven. Sehr gut. Wir müssen schön die Armor Bugs missbrauchen hier. Ach. Ja, komm. Oh. Du bist beschossen. Hälfte. 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 Oh, oh, oh. Raus. 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 Ich laufe. 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 Ah, schön. Smoke einatmend. Wo bist du? Ah, da. Okay. Ich sitze noch im Helikopter. Laut Markierung sitze ich noch tot im Helikopter. Bei mir ist niemand mehr drin. Doch, bei mir habe ich nur das Zeichen dahinten. Komischerweise. Aber ich liege hier im Busch. Also bei der Kuppel sehe ich bisher nichts. Hallo. Hi. Ich laufe. Ich laufe. Ah, steht noch ne Waffezwecke. Damit. Willst du ne Pistol? Scheine gedämpft. Komm, wir holen dir jetzt einer. Ich rähne es mal in Tower. Direkt vor uns. Äh. Grat. Hab ihn. Grat. Oh, klar. Grat. Hab ihn. Braucht man nicht. So ein Stress. Ich habe ein 600 Meter drin. Irgendwie schießt auf den Tower, aber trifft mich nicht, weil er dumm ist. Okay. Du kannst hier eine Waffe holen. Ja, ja, ich weiß. Deswegen bin ich hier wieder runter. Keine Ahnung. Irgendwo an der Straße. Auf jeden Fall an der Straßenseite, würde ich sagen. Wie ich die Treppe runtergefallen wäre. Ja, das war der Silbert. Das war der, der mich aufwickelt. Mixer. Lenny, Mann. Ich guck mal, ob ich den find. Ja. Oh, hier den Landdrecker. Aber. Wie. Ja, gut. Das nicht. Das war... Nee, das war... Hast du mich grad versucht zu reviven, ja? Ich hab dich grad nicht für sie zugegangen. Lenny, was hat denn der für ne Waffe? Ah. Oh, oh, oh. Der hat ne Kative. Gehabt. Weniger als 100 Meter. Also an der Straßenseite. Oh, da war ich geschossen. Was hat denn der für ne Waffe? Richtung Osten, glaub ich. Ich seh' ihn. Mach ihn mal weg. Ab ihn. Sehr schön. Das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Ja, aber der hat grad Simcard beschossen. Ja, mich beschossen, ja. Dann hier war's, ähm... Wo ist der denn? Gladdy. Ja. Der lebt aber noch. Ist korrekt. Ah, der Gladdy. Glaub ich seh' ihn. Ja, scheiße. Ach, das war Tidus. Ah, wieder ein anderer. Ah, das kann ich nicht noch gern. Okay. Äh, bei mir, bei mir im Haus sind Steps. Bei mir direkt an der Leiche ist einer. Hier. Was hat der Name dazu? Bei mir auch. Bei mir auch. Bei mir auch. Wer lebt denn noch? Ich. Simcard. Heftig ist unterwegs. Ich, äh, auch überall Steps. In der Nähe von beiden der Leiche. Ah, ich respawn, ist mir zu heiß. Trust in Simcard. Ich bin auch total shit. Ja, okay. Schade. Das war Gladdy. Jetzt kommt er auf einmal wieder, ne? Oh, da waren die ganz schön... Die ganzen Abfuhrleute sind irgendwie dort gewesen. Also, das war... Ja. Nicht so schön. So. Das war Fail. Und zwei Seiten ruhig beschossen. Sophia eignet sich aber sehr schön für eine Sportlimousine. Ja. Ich hab'n ACO. Yay! Ja, endlich. Yes. Sportlimo, Sportlimo. Shortgun. Ich fänd's cool, wenn man noch in King of the Hill... Oder ne, das wär' eigentlich blöd dann. Wenn man irgendwie anderen Spielern Geld überweisen könnte, aber irgendwie wär' das dann doch blöd. Ja, wär' ein bisschen zu vieles Guten los. Ja. Hab' ich mir grad so gedacht. Ja, eigentlich wär's ja gut, aber dann... Würde ein Level Einser mit ner... Nah mit rumrennen oder so. Naja, das geht nicht, weil da muss ja die noch... Freische Händen. Ja stimmt, das geht nicht, aber trotzdem. Ich kenn'n'n Typen, der ist Level 100 und der hat ein paar Millionen auf sein Konto. Wenn ich mit ihm zock, da haut er ein Ding nach dem anderen raus, oder? Ja. Kuschelzucker. Wo hast du denn den Überschein gemacht? Bei welcher Geschwindigkeit sind wir grad? 500, glaube ich. Äh, 325 waren sie ja, so. Hat jemand den Donner gehört gerade hier bei mir? Oh, Alter, was hat das denn? Ey, da warnt euch! Was für bescheuerte Spawn-Cämpfer! Ich glaub es hat... Wir drehen mal, ne? Wir zeigen zurück, ne? Volle Kanne. Wir fahren. Gibt's ja mal ein bisschen Deckung. Ne, denn... Mach mal schön Handbremse. Und dann... Was wohin fahren wir denn jetzt? Äh, den Typen da töten? Den... Da war Böse zu uns. Ja gut, aber wo parken wir denn? Mitten vor ihm, oder was? Weiß er nicht. Ähm, da ist ein Stückchen weiter weg. Oh, der hat mich getroffen. War mir doch. Ich nicht. Äh, in welche Richtung ist denn der jetzt? Ähm, Richtung... Westen, glaub ich. Westen noch. Westen? Okay. Genau, Westen. Bei dem Fahrzeug auf jeden Fall, bei dem Truck, der da stand. Ja, genau. Warum ist das ein Widerstands-Truck? Okay. Achso, der ist wahrscheinlich mit der Sportlumor da angekommen und hat den Widerstands-Typen... Ich hab neulich was richtig... ...cooles gemacht. Ich bin... Ähm... ... in die Nähe von, ähm... ... gegnerischen Spawn gefahren. Bin dort ausgestiegen, hab mich in die Base reingeschlichen. Hab so getan, als würde ich meine Perks changen und die haben es nicht mitbekommen. Auf mich wird geschossen. Also ich war einfach... Auf mich wird geschossen. Fahrzeug sehe ich niemanden. Den müsste... Das wär voll klug, wenn der sich dort hinten in den Zammack reinsetzt und man kann ja aus den Zammacken rauskießen. Das war voll die Idee. Schieß einfach mal da rein. Soll ich mal Panzerfaust draufknallen? Aha. Nein, 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 ich lauf ganz mit dem Zammack. Warte, warte, warte. Ja, ja. Ich glaub, der ist hinter dem Zammack in den... ... diesem... ... Buschfaden, was immer. Aber das ist... Schilf, genau. Und wenn wir den am Leben lassen, können wir es da auch voll heilen. Die verletzt sind. Das ist ja irgendwie die... Schmeiß mal über den Zammack ins Schilf, einfach ne Granate rein. Good luck, Granate. Tu was du kannst. Aber warum macht er das alleine? Das ist komisch. Schade. Es ist... Er tot. Was? Wie weit weg? 1000 Meter. What? Ja, ich weiß wo dann liegt. Ja. M320 LR 408. Wow, ich war direkt neben mir. Über 1000. Nein, der wurde... Ah, direkt am LKW. Direkt am LKW, Mann. Diese... Ja, aber der wurde gekillt von Bersi. Boy Boy's Kid, der... Die... Die... Hört man das im Hintergrund? Wo ist der? Ist der tot, der Typ? Ja. Okay, dann holen wir den Tisch, ne? Nein, der Typ soll mir nicht den Rewive gelaufen. Aber was... Was für ne Camperauter Waffen? Ernst, ne? MeG Priceless, Mann. Du Campersschlampe, ey. Ufff. Ne, der glaub jetzt den Rewive. Level 70 auch noch, ey. Muss noch die Grafik hochstellen. Ja, die sind in einem kleinen... Also... Der... Der... Meta Keks. Nein, Level 30 auch. Ich versuch's. Wir gehen mal zu Wolf's Candid in Helikon. Der kommt hier gerade runter. Ja. Okay. Aufsitzen. Alles klar, danke dir. Oho. Kein Ding. Ja, okay. Hat Wolf's Kind. Auf jeden Fall war ich dann in der gegnerischen Base und ja... Was macht der? What the fuck? Ich fahr lieber Sportlimo. Ui. Ist aber knapp jetzt. Wohin fliegst du denn, Wolf's Candid? Ich hab halt so getan, als würde ich mein Loadout wechseln, ne? Und die haben's einfach nicht gecheckt, ne? Dass ich ein Gegner bin. Dann hab ich am Ende sogar noch... Wolf's Candid, wohin fliegst du denn bitte? Mate, fehlen unsere Reifen? Nö. Ah, das ist ne Stromleitung vor uns, Vorsicht. Warum fahren wir so langsam? Wir fliegen, ich glaub, das war... Wir haben... Was ist denn der SEG nochmal? Was ist denn das? Das ist im Arsch. Äh, das ist nur das... Die Seilwinde ist das. Die Dings unten. Das Link, genau. Du weißt, was kannst du nicht einfach mal die Luft fliegen und weiter fliegen, bitte? Pfff. Äh, SimCard, wir werden jetzt wahrscheinlich sterben, weil die sicherlich bei uns im Ton... Ja, ich weiß. Dann entscheidet euch halt. Mir wurde krass gesagt, ich wollte Jungs einsammeln, die da ein Headplay weg waren. Ne, ne, du sammelst gar nichts an, wir fliegen jetzt in die Zone und dann droppst du uns ganz easy. Ihm wurde gesagt, dass er Leute einsammelt. Okay, sehr interessant. Pfff. Pfff. Wir haben gar nichts, ich bin voll. Ich versuche hinter ihm im Haus zu fahren. Dankeschön. Wo seid ihr jetzt? Nur meins. Dropzone, direkt zwischen Turm 2 und 3. Also mehr an Turm 3 gerade. Äh. Kurz vor der Zone. Jetzt. Wir sind ja wie Rallye fahren hier. Du... Beschuss! Fuck. Nein. Nicht schon wieder sterben. Turm 3 oder Turm 4 wahrscheinlich. Ja, ich wollte Richtung Reis und... Oh shit. Oh, ich bin tot. Puh. Tidus. Ähm... Katiba... Ich glaube, ich sehe ihn. Ey, wieso kämpfen die alle auf den Bergen? Ich sehe ihn, warte. Ja, der hat zwei Leute gekillt gerade. Bersi und Tidus. Äh, Bersi und mich, sorry. Shit, man. Spawn. Hab ihn kurz gesehen, das ist ein Guilty Typ. Was ich doof finde, wenn man zum Beispiel ein Fahrzeug oder so rausgesnipert wird, dass die Waffe dann weg ist. Ja. Oder meistens. Warten sie mal rauspatchen. Ja, das ist irgendwie so ein Problem, weil äh, eigentlich... Ähm, bist du schon wieder auf der Spawn-Insel sozusagen. Mhm. Und ähm, du hast aber dann halt kein Equip mehr. Also das ist wie wenn du keinen Loadout mitnimmst. Ja. Sozusagen. Also Tidus lebt noch, der uns gekillt hat. Kriegst du ihn, Anif? Jaja, warte, warte kurz. Wir kommen mal in eure Richtung. Kann's doch nicht sein, er hat ihn nicht geschluckt. Wo ist der Feind? Nice, nice, nice. Er ist down. Boah, er hat sich hinter den Busch gelegt und sich geheilt. Habt ihr einen Rucksack oder so? Also gleich da. Ich kann ihn lieber verholen. Hab dich. Komm mal hier hinter die Mauer. Vielen Dank, man. Soh mal noch den anderen hier. Ja, mach das. Kollege. Nein, nicht looten. Guck mal, Tidus hat sogar schon geflamet im Sightcher. 1000 Schuss, Fragezeichen. Das waren vielleicht 30. Wir werden beschossen, ich weiß nicht von wo. Richtung Turm 1. Ne, oder mal 2. Richtung. Hinter uns Mohawk. RPG Powerwalk. Hast du RPG dabei? Ja, aber... Ah, der ist zu schnell, das... Ach komm, natürlich holst du die runter hier. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt hopp wieder, jetzt hopp wieder, jetzt ein guter Zeitpunkt. Die geht grad runter. Warte kurz, warte kurz. Ah, fuck. Ganz knapp. Boah, ich bin da... Ah, hinterm Haus Gleddy schon wieder. Alter, diese... Bin auch schon wieder. Ey, Gleddy, man. Are you kidding me? Wo ist der? Über 100 Meter Kative. Ja. Wo bist du? Bei dir. Okay, in die Richtung. Ja. Ihr habt doch irgendwo einen gekillt. Ne? Ah, wie lame war das denn jetzt, ey? Ich brauch ne Waffe. Fuck! Nein! Ich hab Gleddy. Ja, das ist Gleddy auch nice. Gut, sehr schön. Dann kannst du uns holen. Hui! Wo war denn Gleddy? Da war bei mir. Da unten, ähm... Irgendein Busch. Hat er gehofft. Da war ne Granate. Ah, hier liegt ein Mohawk verfehlt. Schade. Der Hummingbird. Ich hab so ein geiles Gewitter vor der Tür, Mann. Das glaub ich mir nicht. Alter, wie der Hummingbird die raucht. Granate weg. Boah, jetzt wird's drauf. Wo ist die Leiche von Gleddy? Für die Waffe? Ähm... Richtung... 150 Grad an diesen... ...zerfallenen Haus da rechts. Am Busch. Bessi. Bessi. Danke dir. Rechts am Busch. Äh... Ja, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Weiter hinten an den anderen. Ich komm einfach mal hin. Wir müssen sowieso in die Zone rein. Ja, stimmt. Das wär mal... ...ne Maas nur meine. Noch weiter rechts. Bei dir sind zwei Bäume da. Dürfte da liegen. Glaub ich. Ach, ich seh. Eifing, hast du schon ne Waffe? Ja. Ich trage die ganze Zeit eine Waffe bei mir. Keine Waffe jetzt hin. Äh... Tatsächlich noch. Ja, keine Waffe. Oh, boah. Ey, guck mal, kaum sind wir in der Zone drin. Mach mir so. Mach mir so. V3 sieht leer aus. Ja. Sieht ruhig aus. Hat einer von euch ne Handwaffe? Leider nicht. Ne Pistol, oder was? Ja. Oder wo bist du? Ja, kann ich dir geben, wenn du willst. Äh, ich bin... Bleib, ja, bleib da gerade. Oder komm, ein von mir entgegen. Hier, hinter dir. Warte. Einen Moment. Hier einmal... Das Teil. Das Teil. Das Teil, das Teil, das Teil, das Teil. Was ist da noch eins? Okay, das war's. Womisch, dass irgendwie niemand an diesen typischen Sniper-Spots liegt. Wer schießt da? Ich. Äh, ich schieß auf Richtung, ähm, 40 Grad, äh, 50 Grad, circa 200 Meter. Hier. Hinter der Mama. Wir sollten... Wir sollten uns mal wieder, äh, bisschen sammeln. Ich bin bei Kuni. Ich bin bei Ralf. Ja, ich lauf grad zu Ralf. Ich bin im ersten Stoff der dieser 50 Grad an der Person weggelaufen. Mh, Mist. Mh, Mist. Der Zafir. Ich kann nicht genau sagen, wo. Der ist jetzt, glaub ich, an meiner Leiche. Okay, aber da sind drei Leute um mich rum. Der ist grad außerhalb. Von diesen... Von der Mau. Genau. Weiß mal eine Nade drüber. Ah, da kommt... Er ist jetzt bei der... Nee, der Zafir. Ist genau bei der Leiche. Er kommt... Er ist bei meiner Leiche. Er ist bei meiner Leiche. Ja, er ist bei mir. Oh, ne. Doch, bescheuert. Er ist, glaub ich, in meinem Haus, Ralf. Fuck, ey. Ja, er ist, er ist durchgerannt. Könnt jetzt wieder rauskommen. Ja, ist, ähm, Ausgang beim Haus. Ich seh den Schatten. Läuft jetzt... Ich glaub, kommt dem Gegenwald. Ja, Berkey ist auch da. Der Retterein wie ein Berserker, Mann. Einer ist noch bei mir an. Nee, das ist ein T-Mate. Ach, der ist ja halt immer noch ein. Fuck, ich bin auch down. Schade. Ey, wo war denn der? Der war auf der Straße. Ah, Zafir, natürlich, Alter. Ne, der war sogar mit dem Haus, ey. Ja, wenn der Ralf. Freaky hat einfach jeden weggeholt, ey. Der ist der Beste, der kann ja sogar durch Spendus sein. Freaky ist down, Mann. Nice, geht's, Mann. Nice. Da hängt er einfach so in der Ecke hier drin. Ach so, ihr seid... Ach, Mist, jetzt bin ich respawned. Ich hab gedacht, wir werden alle down. Nee, ich bleib noch ein bisschen liegen. Nee, ich wurde revivet. Ja. Oh, Leute, dann komm ich mal vorbei, ey. Oh, Gott, ich bin... Oh, fuck, hier ist ein Tempest. Ich muss... Ich hör's, Alter, ich hör's. Der ist grad direkt an uns vorbeigefahren. Ja, der ist weiter... Der ist immer dagegen gefahren. Revive mich! Ja, ich will bloß nicht, dass der gleich hier angerannt kommt. Tu's! Tu's doch schon. Aber zu euch drüber, ne. Ich weiß. Alter, ich seh grad'n Mond. Der ist richtig rot. Wo bist du denn auf welchem Planeten? Aufm Mars? Ja, nee. Danke. Alter, das sieht mega krass aus. Ah, ich will hier rein. Lass mich durch. Der Tempest fährt hier immer noch rum. Ja, und Slow können wir aber nicht auch holen. Wartet auf mich, ich hab RPG. Das wird kein Problem. Slow lukt gegenüber bei Tarjin. Aber bei den revivetieren wahrscheinlich gerade. Bei Tar... Okay. Der ist Richtung, äh... Ja, ich seh, ich hab's gesehen. Norden. Ja, außen. Fast. Nein, der hat mich überfahren! Glady. Wow. Ey, der kriegt das Teil jetzt. Was? What the fuck? Wo? RPG-Rakete kommt gleich weit. Warte, Mann. Hab'n grad da auffallen. Die sind's Fahrer ausgegeben, ey. Alter, Tempest. Ernsthaft so gut für Sicherheitsglas drin. Ja. Ich hab's jetzt kaum durch. Ey, durch Strider, Ifrit und... Komm, lass uns den hol, Mann. Oh, ich wurde getroffen mit irgendwen. Ah, ich bin down. Ah, ich auch. Turm. Oh. Ah. Seid ihr dumm. Tidus, Alter, was bist du von dem Fotzen, Mann? Hat er die Schnauze. Däuh! Schönen guten Abend. Okay, warte mal wo ist dieser... Jetzt können wir Respawn, wir wurden auf jeden Fall aus dem Tower gekillt und von dem Typen überfahren. Ja, also ich wäre jetzt noch so 200 Meter weit weggekommen. Ich weiß nicht, was wir... Ja, ich war ein bisschen liegen, was soll ich sagen. Warte mal, ein Tempest kommt da immer noch rum. Einen weiß ich gerade, keine Ahnung. Der Tempest ist da immer noch. Oder ist der weg? Ja, der Tempest hat immer noch rum. Okay, warte. Ich gucke, wo der ist. Oh, das wäre so schön, wenn der gleich in Flammen stehen würde. Warte mal. Wo ist er denn? Nee, also da, wo ich bin, kann ich respawn hier. Ja, mach das mal. Probier mal den Tempest wegzumachen. Oh, da ist er ja, aber der hat kaputte Hinterräder. Naja, den haben wir schon ein bisschen getroffen, so ist es nicht, aber halt das Fahrhaus. Kannst du völlig vergessen. Uh, wie sie hier kaufen. Hab ihn mal zerstört. Ah, okay. Bring 400 XP und 500 Dollar, ist richtig. N-N-N-Assist bekommt auch 300 XP und 500 Dollar. So, ziemlich krass. Börsi, heb dir gleich mal den Nikopter ab. Ich bin nicht so gerne bei anderen Leuten. Ach, der wird ja schön machen. Börsi ist ein guter Mann. Ja, sag ich auch so. Börsi, bring uns heil runter, Mann. Also da, wo es raucht, da bin ich. Alles klar. Glauben an dich, glauben an dich. So Leute, das war's für die Folge, danke fürs Reingucken. Wir fliegen jetzt in die Stadt und machen jetzt mal richtig Action. Hat mir sehr gefreut, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben da, ansonsten auch gerne in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederschau. Auf Wiederschau. Auf Wiederschau.